Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde That was Minecraft mit dem Freak Freak Ja, wir sind wieder Team Blau Unser letztes Niederlagenteam Ja, fast gewonnen, nicht alleine Auch Steam Map Oh ja, die kennen wir, die kennen wir, die kennen wir Wen haben wir im Team? Ich muss gerade mal gucken Wir haben den Spawn Master und Logi Link dabei Dann wollen wir mal gucken wie Logi der Link ist Ja und Dann würde ich ansonsten sagen Gut Glück Ich baue hier einfach mal schon mal ein bisschen was hin Dann können wir uns schon mal die erste Welle anhalten Wenn man ein Bett zubaut Wos baut man denn überhaupt? Auf den Blöcken glaube ich drauf Dann mach ich mal zu hier Also wenn du jetzt über dem Bett die ganze Zeit hochbauen würdest Dann würdest du glaube ich Ne? Auf diesen hohen Blöcken bauen Okay, die Jungs haben Ahnung, das sieht gut aus Das sieht gut aus, ein bisschen verwinkelt der Weg Bisschen hochgebaut Dann baue ich mich mal zu Silber rüber Ich bin mal gespannt wann Team Grün Äh Wann der erste Team Oh Wir haben uns bauen oben drauf Ist gut Aber ist ein Backup gegangen? Ja, Gelb Ah cool Wir haben noch drei Stück von denen und zwei Stück von Grün Ja wir haben wieder Rot als von Grüns Ja Immer wieder immer wieder Rot Ich glaube wir müssen mal ins rote Team Ja Äh Jetzt wird zu unserer Eisenbase rüber gebaut Und zwar Team Gelb Ach wir benutzen dieselbe Das ist ja interessant Dann können die jetzt ja hier voll rüber laufen Wollen wir ruhig probieren Wollen wir ruhig probieren Äh was machst du? Ich baue so Ich auch Achso Dann kann man da nicht direkt durchlaufen weißt du Ich hab schon drei Eisen geholt Mehr war da grad nicht Äh ich brauche mehr Ich brauche neun Stück Ach Gold Das ist noch was ich brauche unbedingt mit dem Bogen Übertreibt er wieder? Jawoll, Roter geschlagen wird Kleines Mädchen Oh lol Nein Der ist am Eisenfeld Der hat mich totgeschlagen Sein Goldschwert Äh ich hab mal ne Kiste für uns gestellt Ne Ja Jetzt weiß ich nicht Sind die Jungs im Angriff oder sind die Jungs Oh gelb ist hier 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 Hast du den? Fast! Nein! Ich bin tot Der kann nichts machen weil es so gut zugebaut ist Der ist runter gefallen Gut Ich hab gucken wie ich das zugebaut hab Der kann hier nichts machen Ja ich hab noch ne Kiste drüber gestellt Ich brauche ne Pyramide drüber man Mir egal So lange überleben wie möglich Ja das ist ganz gut Dann kommen sie halt nicht ganz klar Und wissen nicht wo es ist ne Ja und danach Bis die das abbauen Und leuchtet nicht in unserer Base Dann können wir schnell da hier herren Außerdem ne gute Spitzsacke gebaut Äh gelb ist ja jetzt Hat nur noch einen Farmt grad Silber Versuch mal nicht den gelben zu töten Vielleicht kann ja was machen Ja gut das ist richtig Vielleicht kann ja die anderen angreifen oder so Ja ich werde mich jetzt um kümmern Ich werde dem Team mal ein paar Sachen irgendwie vorbeibringen Ja Immer mal ein bisschen Silber Dann geh ich gleich mal gucken ob ich ein bisschen Gold erhaschen kann Rot kommt rot kommt rot kommt Sonne ruhig Ja gegen drei Mann dann Oh ist er weg Habe ich keine Chance So ich werde mir mal ein Dreierschwert machen Oh ein Dreierschwert Ja Hä immerhin ein bisschen ne Ich will da so ein bisschen was machen Weil ich will ein bisschen nach Gold jetzt kommen So Ich leg noch ein bisschen Eisen in die Kiste Viel Spaß damit Wie viel Eisen hast du? Äh zwei habe ich reingelegt Ich weiß das reicht dir lange nicht Okay rot bunkert die Mitte komplett Sollen die machen Dein Maul würdest du schon Wir haben die Mitte wir haben die Mitte Sehr schön Okay grün hat einen Bogen Ich brauche unbedingt die Mitte Wir haben die Mitte Wir haben die Mitte Müssen aufpassen Nimm mal den in der Base Wir brauchen einen in der Base Unbedingt Bist du nicht in der Base? Nicht mehr Scheiße der hat alles Gold geklaut Egal er hat drei Gold Warte mal Kumpel Kumpel Hier komm her Komm her Hier du hier Du hier komm zack Hol dir einen Bogen Macht er? Ja Das ist in der Base Das ist überhaupt nicht gut Er kommt nicht hoch Ah Er hat einen angerannt Wo? Hier Nee nicht waschen Nicht waschen Auffassen Auffassen Ich habe ihn Ah egal Genau deswegen Ja ist ja egal ich hatte ja nur das kleine billig Schwert Boah da kommt ein Fall angeflogen von Team Grün Ja Grün hat einen Bogen und sie hockt einfach in der Base So ich laufe jetzt ohne was los und besorg uns Eisen Der eine von uns müsste jetzt auch einen Bogen haben Ich habe ein neues Archteafment Suizidkämpfer Rühe mich grad mit jemanden Lass dich in Ruhe Oh die haben unseren Weg abgebaut Zum Silber Geil du hast hier voll das Bett zugespampt Ah Stirb doch So ich denke mal ich mache jetzt erstmal so ein bisschen die Base Die Base Dame Ich habe nur 2 Gold Hast du noch vielleicht? Ne Okay Schau Genty Ja Grün hat sich Hat sich geholt Äh Der Haupttun kämpft die ganze Zeit Ach Gelb haben wir ja schon weg das ist cool Ja Grün sind noch 2 Stück also Rot dann wieder als Gegner Die gleich gut sind Auch immer wieder Bronze Oh da kämpft sich mal durch Ein Roter Schürtet einen Blauen von uns Ja der ist tot Ich glaube ein Roter kommt gleich rüber gesprungen Achtung Das wird dann Das wird dann Das 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 Ich habe 15 Eisen Äh Mache ich mal 2 Level 7er Rüstungen Die packe ich in die Kiste Jo Brauchst ne Spitzhack Ich habe da noch ne Eisen hingebracht Gibt das Jo Du kannst dir eine rausnehmen wenn du willst Jo Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Eisen weil ich habe gerade eh keine Chance auf den Bogen Ich bin jetzt hier wie gesagt ich bin so ein bisschen die Hausfrau Nein 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 schießt mich nicht runter du Penner Okay Ich habe euer Eisen Und du hast zwar einen Bogen aber du triffst mich nicht Ich hoffe Aber ich liebe das wenn man so daneben tritt ne ich kann das immer voll ab Wow Ich habe einen Falle angeflogen Aber ich habe mich aber nicht Jetzt müssen wir uns im grün kümmern ne Äh mit der Mitte Äh mit der Mitte Der Rot Der Rot Der Rot Ich mache mir mal trotzdem ne Spitzhack auf Äh wieso sind da grüne Schafe Äh das ist TNT Das ist TNT Ach du Kacke Das ist die grüne Schafe in der Mitte Ja das ist TNT Ja das ist TNT Ja das ist blaue reingehrend aber jetzt überlebt Ok Rot Komplett für die Bonds die Bonds nicht entgangen und die haben auch äh Wett zugebaut wie wir Ja So ich versuche mich jetzt Nein hier komme ich nicht lang Äh Äh Runter gefallen? Nein 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 aber vor mir ist immer runter gefallen also äh Hingeklatscht und ich dachte da steckt mich jemand Nein ich komme nicht mehr weg Achso Nein Ich kann hier nicht bauen Oh oh Ich hänge hier fest man So So geht's Nein ich kann hier drauf nicht bauen das sind Half Steps alter Äh Sophie was ist denn das Sophie? Das ist das Schaf Wirklich? Ja Mach ich mir jetzt welche Dann legt die alle da hin Aber ich brauche mehr Nein die haben mich bemerkt Ich wollte mich zu rot drüber bauen von hinten Sammelt's ein bisschen? Ja Für die Sophie Ja Rot 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 ist immer warum ist rot immer unser Problem? Keine Ahnung Sieht aus wie ein Pokémon Ball bei mir Sieht aus wie ein Pokémon Ball bei mir Wie ein Pokémon Ball Ja 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 genau das ist auf dem Texturen Paket so Ja das ist halt Dynamit damit kannst du halt die Wege sprengen und so ne Wenn die halt in Kontakt kommen explodieren die hast du ja gesehen Ja Oh nein das ist ein Bogenschütze in der Mitte Scheiße ich kann nicht rüber Verdammt Die unbedingt mal platzieren Ich brauche mir mal ne ganze Rüstung auf Die brauche ich auch irgendwie letztens Alter Warum trifft der mich denn? Weil er einen Bogen hat Ja Grün Grün bunkert in der Mitte Ja Ich habe nichts dafür Die sind ja nur noch tot Wir haben Angst Ja das ist Wir würden es ja nicht anders machen Unser größtes Problem ist nur wenn sie teamen Also wenn sie Teams werden Sollten die am besten nicht werden Blau lebt ja auch noch Ah Ja Welches Team sind wir denn hier? Wir sind ja blau Ja das ist ein blau Ach das ist unser Kumpel hier in der Mitte Ist ja in der Mitte Ist ja in der Mitte Ich freu mich die Wege gleich auf Oh Oh Ein blauer auf der Inseln gestorben glaube ich oder so Irgendwo ist ein blauer gestorben Komm in der Mitte Vorsicht rot schießt Achtung 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 Sophia Brenn Wie geil Boom Mach Boom Oh nein Freak 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 Du blockst Go Sophia Hä Hä Machs irgendwie falsch die Sophia ist Hä wieso explodieren die nicht Ich hab 4 Gold Ich komm aber nicht zurück Ich hab keine Blöcke Der hier kommt auch nicht zurück Der hat auch Gold Hier 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 Gib ihm auch welche Ich hab ich hab nur eins Er hat mir alle weggenommen Scheiße ich bin tot Gold weg Wo Bogen rot Hab ich so ne Lücke irgendwie geschossen Oh der andere wurde er auch weggeschossen Jetzt bin ich hier angespelt Weil ich euch die Blöcke gegeben hab Ja das Gute ist der andere hat ja über 10 Gold ne Warte ich bring dir Blöcke Aber dann Ich hoffe hier fest Ich bring dir Blöcke Ich komm ich komm Ich komm Also ruhig kommen Ich hab voller Rüstung und ein Level 2 erschwert Ja Ja Vorsicht vorsicht die schießen Ja ich weiß In der Ecke passiert mir nichts Du musst aufpassen Alles gut Ach von da schießt der Da hast du Blöcke Hinter dir hinter dir hinter dir Hinter dir Ja Hilf mir Gut alter Hast du Blöcke gesammelt? Nein Da kommt noch einer Die Russian die Russian Ja Ich helf dir Ich helf dir Ich helf dir Ja 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 Grüner Lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn Ich hab 3 Gold Schnell 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 Ich hab 5 Gold bei mir Ich will ein Bohren bauen Danke Danke Noch ein Gold spawn Nein Ich baue noch Ich baue noch Egal ich baue mich einfach durch Warte Achso Ja voll ich hab nen Bogen Oh da schießt die mal auf mich Nein das gibt's doch nicht Mein Schuss und ich bin tot Oh der ging daneben Wow ich wurde getroffen Ich hab 6 Gold Warte ich hoch Ich hab's geschafft Ja sehr gut Jo jetzt gibt's Bogen Action Routini Was ist der stärkste Bogen? 7 Scheiße ich hab nur 6 13 ist das stärkste Ich hab nur einmal in meinem Leben ein 13er Bogen Nur einmal Nein Ach gut Nein mein Gold Mein Gold Nein Jetzt hat's wer anders gesammelt Ich hab's nicht Ja ein roter ist down Halte grün macht das vielleicht doch noch Mhm Ja auf jeden Fall ich bin ein Bogen Oh Ein Schuss kam an Und wo? Ich weiß nicht ich baue erstmal was zu essen Ich bin fast tot Man müsste sich auch mal angewöhnen dass kurz bevor man stirbt man nochmal den Bogen schnell weg wirft Oh da rush auf Oh ne der wollte einer vom grünen Der töte sie die ganze Zeit Aber der rush nicht Wer ist ist wer in der Mitte oder was? Ja der grüne ist in der Mitte Der mit dem Bogen Und der schießt auch oder was? Nein macht der kurz geschlossen Ah rot kommt rot kommt Das war's Oh nein Oh was ist das für ein Trottel Der hat sich da zu zu gebunkert Warte ich seh seinen Kopf glaube ich gleich Hab ihn Hab ihn Ja pass auf Pass auf Verdammt Was? Der hat sich da zugebaut Ja geht drauf Jawoll Boxer den einfach auch Das wird eine lange Runde Ja 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 ein blauer ist drüben Von uns Ah verdammt Ist noch wer in der Mitte? Ja irgendwer kämpft noch in der Mitte Ich hab grad nen Schuss an Pass auf Pass auf Pass auf Pass auf Dass die nicht von links runter schießen Ich hab grün einmal getroffen Weil der steht da und schießt in alle Richtungen Er schießt zurück Ein roter ist in der Mitte Komm Schuss an Ja da komm Schuss an Ja ja grün Grün klettert das aus der Mitte Grün ist in der Mitte Oh grün schickt Schafe zu rot Und zu orange Gelb Gelb gibt's nicht mehr Warum? Keine Ahnung Das Gute ist die Schafe Könnt zu uns nicht Wollen nicht Wir haben Angst Oh Lopert sich hoch Guck mal oben links Ja Ja Und jetzt rein da mit der Pfeile Pfeilhagel Ich treff niemanden Oh oh Der Bogen Der Bogen Okay ich pack jetzt meinen Bogen und meinen Pfeil in die Kiste ne Der wird wahrscheinlich weg sein Und ich hab grad nen Clan Spezial Kräften einfach nicht Der will mich verarschen Oh nein roter ist über uns Roter ist über uns Roter ist über uns Roter ist über uns Kann aber da nicht runter springen Dann weiß er stirbt Wie kamen wir den Wie kamen wir den? Wie kamen wir den? Wie kamen wir den? Wo du ich da einfach das hat er durchkommt Ich schicke jetzt mal ein scharf in die Mitte Ja Blau schickt auch scharf Ach wir haben schon ein scharf geschickt Okay Ja Tau 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 Brauch ich mir hoch Brauch ich mir hoch Der ist runtergefallen So Ich geh mal den Weg abbauen von denen da hoch ne Ja Muss auch passen Ja Irgendwärts auf meinen Bogen gegrabt ne Toll Ich war das nicht Ja Ah das war das Spawn Monster Wer hat da einen? Oh getötet von der Distanz Digga ich hab 4 Gold Die roten haben fast nichts mehr Die haben nur Flaschdecke und kleine Schwerter aber die haben keinen Bogen oder so Ich hab 4 Gold ich hab 4 Gold Jo geh zurück Wenn ich die jetzt in die Kiste lege werden sie mir wieder geklaut ne Ja bald tut die einfach Dann mach ich mir jetzt einen Bogen So So Oh lol getroffen Oh lol nochmal getroffen Ähm Da sind Grün in der Mitte Ja Ich wollte gerade irgendwas Ich hatte gerade einen Plan Klass den nicht Klass den Der schießt auf rot Der schießt auf rot Ach ich wollte Silber holen genau Der wird auf mich schießt halt also ich greif die an ich mach ja Basical Schess egal Boom lol tschüss Hast du auch immer ne Spitzacker am Mann Ja 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 Ich hab 21 Silber Nein Verdammt daneben Uh 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 Leute ist runter gefallen Herzinfarkt Wieso Fast runter gefallen Achso Ja Wurst du auch angeschrieben? Ja von irgendwem ja ich denk mal Äh Der gleiche wie eben Ja Nein nicht Schwert Mensch mach das zu Leute ich treffe mich im Wasser So ich hab drei äh siebener Rüstungen gemacht Level 3 Und tschüss Weiß ich ob du so eine brauchst Und tschüss Beide runtergeschossen Liegen in der Kiste Nur warum mach ich mir keinen Schwert Ich hab nicht wirklich was für einen Nahkampf Ich muss mal zu der roten Insel Du schießt ja da eh Ja ich denk ja die Jawoll Jawoll Für die Zahl ist grün Habt man den roten Inhalte bitte Und tschüss Er wollte gerade den einen Totschlagen Wer auch immer das war Alter ich hab 52 Eisen Boah was Warum ist einer Oh nicht einer Bei uns Deck mich nicht Verdammt Oh nein Oh nein Oh nein Der fällt schnell rüber Schnell Ich hab nur ne Spitzhacke ne Egal Er kann hier nicht runter springen Das wissen sie ja Achso Weil sonst stirbt er wenn er hier runter springen Leiser Wir trauchen einmal Nach Zomann ist er tot Verdauern Bogen lol Er ist runter gefallen Geil Er hat den Bogen gehabt Ey wir haben 49 Eisen in der Kiste Ja wir sind Wir sind jetzt eigentlich schon im Vorteil Ja nur noch Keine rote Der rote ist gelieft Ja Ja Geil Die Runde gehört uns Ist eine lange Runde aber die gehört uns Ich baue mal ein paar Traps ne Oh shit Oh shit Oh shit Was los was los Der beschossen Ich wollte den grünen töten weil die Die einzigen sind die leben Oh dann die Getötet Geil Oh Loll 5 Schafe Hingeschossen Da ist unten Hier ich baue jetzt Schafe rennen rüber Schafe rennen rüber Die fallen alle runter geil Einer ist drüben Ein Schafes drüben Ich habe ein paar Traps gebaut ne Ja ist nur noch ein grüner in der India Base Ey Digga Der schießt mit Bogen Nein alter Warum nimmst du das ganze Eisen Warum nimmst du das ganze Eisen Ziehst dir die Rüstung an So ich wollte gerade Kisten bauen Für unser Bettmann Sag's dem Schreib's dem im Chat Ne braue ich nicht Der wird das bestimmt hoffentlich Vielleicht bau doch selber Kisten Der war vorher am Bett Ja die ganze Zeit beschossen von den grünen Einzelnen grünen dort Wow ich bin nein Pass auf pass auf pass auf Der grüne schießt Alter So ich guck mal ob das Eisen zurückgelegt Weil ich würde da gerne noch ein paar Kisten hinbauen übers Bett Nein alter Er hat das ganze Eisen verbraucht Ja das ist ein Döll Ich habe 50 Eisen gehabt man Oh ich nehme nicht den Weg Logik du hast keine Logik Rot kommt Sollen die die haben keinen Bogen Das ist nur noch ein grüner und das ist der mit dem Bogen der muss verrecken Na ja gut dann mache ich jetzt mal Party Sophia Wird mal schön gespammt Wird mal schön gespammt Gucken wie lustig du das findest man So Der grüne kriegt jetzt Ich mache jetzt 7 Sophias Ja der schießt die ganze Zeit den Bogen auf mich Der hat einen Bogen Rot hat einen Bogen Oh shit weg 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 Ich werde mich runter schießen Rot hat einen Bogen Rot hat einen Bogen und einen grüner Der letzte grüne Ich müsste einmal in die Mitte kommen dann kann ich 7 Sophias losjagen Warte ich Ich baue mal hier kurz eine Plattform Dass ich nicht runter falle Ja Ja Am sichersten Wow Ja Junge hier liegt so viel Gold Hier liegt so viel Gold Ja komm zurück Warte ich sammle das noch Wir bauen so viel Gold dann Ich hab 19 Gold 19 Gold Guck auf den 17er an der Bogen oder 13er oder dann der rotzt doch jeden weg Ich kann grad gar nichts kaufen weil Nein ich bin runter gefallen Wenn ich keine Blöcke habe Warte ich komm rüber und ich geht welche Ich kann hier welche abbauen Ich kann hier welche abbauen Du musst mal grün beschäftigen Wir schieß mal grün Ich kann nicht ich bin runter gefallen Ich bin runter geschossen Wir haben nur noch 3 Wir haben nur noch 3 Einer ist raus Das ist nicht geil Ich hab 23 Gold Ich hab 23 Gold Aber grün schießt wieder auf mich Die werden mich jetzt runter feuern wollen 24 25 26 Ich hab 27 Gold Ich komm rüber Oh da kommt ein roter Oh oh Ah Bogenschütze ist da vorne Um die Ecke Die gehen bei dir nicht hoch Die gehen bei dir nicht hoch Oh Ich hab 5 Blöcke Ich hab 5 Blöcke Aber ich bin fast tot Ich muss jetzt kurz ausharren Grün schießt Loi Ich hab 28 Gold alter Du kommst nicht rüber Komm doch rüber Der schießt Ich hab nur noch 3 Herzen Einen Schuss ich bin tot Oh oh Warte ich bring dir Nahrung mit und so Nahrung habe ich jetzt Ich krieg grad wieder mehr Herzen So Junge wenn ich das nach Hause bringe gehts rund Und 31 Gold Komm jetzt einfach mit 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 Sandblöcken Yeah Sind wir überhaupt noch zu dritt Das ist unfair 2 3 4 Geil Lol Geil Ich muss noch die nur noch töten Ich muss nach Hause Schnell 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 Ich deck dich ich deck dich Ja 32 Gold alter 32 Gold Jawoll Mach den 13er Bogen Gib ihm den 3er Bogen Ich geb ihm erst mal 4 Gold Ich geb ihm 4 Gold Ich geb ihm 4 Gold Ja aber nicht Du brauchst einen eigenen Bogen Ich hab noch einen Mach nicht Boll Bau 13er oder so Irgend so einen Bogen Wo ich schießen kann Ui 2 13er Hier wo bist du Hier Hier Dankeschön Hast du 2 13er gebaut Ja Hast du noch einen Pfeil Äh Nö Warte Ja Geil Ihr müsst jetzt aber mal gucken was draußen abgeht ne Ja aber ich kann ja nicht so eine Pfeil machen Sind ja nur noch 2 bei Rot und andere bei Rüben Dieser Klaus Klaus Hier Dankeschön Hast du auch bei dich einen Pfeil Ja ja Gut Also hast du mir einen 13er Bogen gemacht Oh yeah baby Hattest du dir nicht erst ein einziges Mal hast du hier irgendwas sowas gesagt Das erste Mal ich hatte nur ein einziges Mal hatte ich so einen 13er Bogen Da hab ich die Runde gewonnen Ja das sieht ganz gut aus Wir sind zwar schon bei 25 Minuten Nein Wir haben gewonnen 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 Ja die Block gewonnen Toll da hat man mal so 13er Bogen kann ich nicht benutzen 26 Minuten Ja wunderbar Ja Würde ich sagen Warst du mit dieser Runde Hier ein schönes Gewinn Und Würde ich sagen Bis zum nächsten Mal ne Ja ciao Ciao